Nach meiner Scheidung gab es zu viel zu regeln. Besonders muss die gemeinsame Immobilie verkauft werden. Das war ein echtes Problem. Es gab viel Streit und kaum Möglichkeiten. Zum Glück haben wir göttliche Immobilien mit dem Verkauf beauftragt. Diese haben sich in der schwierigen Situation um diverse Unterlagen und alles mit dem Verkauf gekümmert. Der Verkauf ging echt schnell und wir konnten einen sehr guten Preis erzielen. Damit hatte ich echt Glück und bin froh über die Hilfe beim Verkauf. Vielen Dank für diesen professionellen Service.